Und kann hier auch eine Pferdose dran sein? Doch, da ist auch Pferdose drin. Und dann auch noch ein bisschen ... Da haben Sie Schildchen vergessen bei der Pferdose. Vorsicht. Oh, sorry. Tschüssi, lieber nicht. Den Glas habe ich auch drin. Ist das nicht? Nee. Toll. Ich meine, das ist keine Sammlung. Ja, muss ich. Das ist ein Kupferchlorid. Und das bildet sich gerade mehr Wasser in der Nähe. Ah, wirklich cool. Ja. ist das nicht so für die so für die drüben Berge. Das ist ein Kupferchlor. Das ist ein Kupferchlor, die wir jetzt auf verletzten. Es gibt eine Sprache, die wir jetzt auf die drüben. Die drüben besonders stücken. Hast du, wasst das? Das ist das nicht so für die drüben. Dann machen wir das? Das nur für die drüben. Das ist das eine drüben. Im Konten. Vielen Dank.